Raus! 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 Hi! Potter! Kaun 60 erlebten das Kriegsein. Beschlagen, unaufwiderlich. Da gab es keine Gaskammer. Es wurden zwar Menschen beschossen, es wurden Menschen zu Tode geprübelt, es wurden Menschen auf ihn gerichtet, aber die typische Form der Endlager war das Sterben lassen, durch Verhunger lassen. Das war die Zähne. Solche Orte zu finden, wo sich die Geschichte verdichtet hat und in der Erinnerungskultur immer wieder verdichtet hat.